Ja servus beieinander Leute, da sind wir beim Eishockey. Beim Eishockey! Ja, ihr zwei da erfuhren halt so mal die Goschen bitte, weil ihr habt ja keine Ahnung von Eishockey. Ja, zumindest nicht von den zwei Mannschaften, von den Österreichern und von den Deutschen. Den Deutschen. Da ist der Bez Wutzen mit der Nummer 39 und mit der Nummer 1. Also mit der Nummer 40, das ist Bad Wutzen. Der, der, der ist alles. Wann komm ich? Da haben wir ihn an. Ich will das, da bin ich ja. Der Bernd Brückler, den hat er angenommen. Jo, ich bin der Bernd. Siehe was, das Ohrschwarzen ist in derjenigen. So, ich kann spielen nicht. Haha, ich hab schon gesagt, also blamiere ich mich auch nicht. Ja, ich kann es ein bisschen. So, und gleich gibt es einen auf die Goschale. Gleich gibt es einen auf die Papalatur. Oh, geht schon gut los, ja? Oh Gott. Oh Gott. Na komm schon. Oh, Alter, das wäre so. Ihr Schweine. Oh, kann man Kampf beginnen? Ich mag kämpfen. Ich will auch kämpfen. Gleich am Anfang schon mal. Ich habe jetzt wenigstens die Steuerung durchguckt, also wie das funktioniert mit dem Kämpfen. Oh, ich denke, ich könnte dich besiegen. Ja, glaube ich auch, aber ich habe das nicht angeschaut. Ich drücke einfach nur wieder. Bodycheck. Oh, Alter, wie ich immer ausratiere. Hey, aufpassen. Los. Aufpassen, Herrsd. Du hast keine Ahnung, mit wem du dich da anregst. So, jetzt gibt es wieder meine Special Attack Attacke. Jetzt was aufhört. Special Attack. Ja, super, pass. Das war Special Attack. Oh, das hat funktioniert. So, die bin doch. Ja, was denn? Special Attack. Oh, das war jetzt. Super. Oh, okay, Kampf beginnen, Kampf beginnen. Dreig, dreig, dreig. Was war jetzt los? Du hast es verhaktet. Mei, ihr habt mich gar nicht berührt, gell? Da schaust du an. Ich habe gar nicht berührt. Ich mache eine 360-Grad-Drehung in der Luft, aber ihr habt mich nicht berührt. Nein, gar nicht. Ah, hartes Checking. Das ist ja ins Fitnessstudio, muss da gehen. Das geht aufs Priestdown. Was? No, 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 no. Gott, ich kriege es nicht zusammen. Das ist ja Wahnsinn. Und so. Ja, super. Wie ich ihm noch vorbeilasse, urschön, weißt du? Was ist denn? Na, was ist denn? Jetzt habe ich ihn. Lächerlich. Ja, warum mache ich so was? Ich habe so drückt, ich bei den Knopf. Ah, was? Nein. Ja, was mache ich? Du bist ein Idiot, aber wirklich. Und Eising. Special Attack. Oh Gott. Ja, ich drücke einmal Stil, das ist mein Fehler. Aber hast du einen guten Torhüter. Ja, weil er blad ist so, ist deshalb. Na komm. So, jetzt hat er Zeit, jetzt hat er Zeit. Pass auf, jetzt pass auf, jetzt pass auf. Ah, ah, ah. Und? Nimm ihn. Ja. Kommischer Vogel. Oh. Love. Oh, love. Und schon wieder. Und schon wieder, wie immer gibt. Ja, pass auf. Ja. Achso, abseits. Ich bete schon für dich. Ich bete schon für dich, ey. Oh, da hängt er schon. Siehst du, hast du es gesehen? Da war er ein bisschen kaputt. Ne, ne, ne. Ich bete für dich. Ich war nicht kaputt. Ja, du hast mich verletzt. Oh mein Gott. Haben wir dann den Arm gebrauchen. Auf dem Raunzen, du Mädchen. Du spielst trotzdem weiter. Oh, es lag ein bisschen. Das ist leider ein bisschen. Oh Gott. Oh. Wir werden noch an dem Server arbeiten, Leute. Das ist kein Ding. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, der hat ihn immer noch. Bedford glaubt, er hat den Bug. Habt ihr gesehen? Hey, lass mich los, du Schwein. Oh. Oh, das war knapp. Das war... Ach, Quatsch. Na komm schon. Jetzt werde ich aber langsam stinker. Jetzt kann's ja nicht zahlen. Oh, Leute. Leute. Was denn? Doch. Ja, hey, die Kinder. Ja, wenn ich auf den Knopf gedrückt halte, dann bleibe ich liegen. Das ist so schön. Ich weiß immer, welcher Knopf das ist. Ja, bei mir ist es alle beide. L und R1. Ah, ja. Oh. Ah, bei mir auch. Oh. Was denn? Au. Wer hat ihn jetzt? Ich nicht. Schande. Ich hab ihn. Oh. Ah, schauen kann ich auch. Na. Wow. So. Au, bin ausgenutscht. Schwein. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Ah. Nein, nein, nein. Es wird nix. Der Pfeift reicht. 30 Meter lang. Vorbei. Ah. Jetzt, jetzt. Schläge an. Ne. Das warst du. Ja, wie, ja. Oh, schön. Voll von den Füßen gehoben. Ah, Wahnsinn. So, jetzt aber, jetzt aber. Oh, der war aber hoch. Loser. Götter. 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 Ich leg mich nur hin. Ja. Götter. Nein. Na, vielleicht nehmt die nicht irgendeinwer von euch Burschen. Sag'n Moj. Oh ja. Nein. Wie tämlich. Götter. Das war so. Ah, jetzt aber. Komm, nimm ihn. Zack, zack. Haack. Gaah. Krieg gar kein Gattenswort mehr raus. Wie krieg's du sie immer so schön hin mit dem Check? Ja, aber... Ich hab das gar nicht. Ich hab das echt nicht. Ich hab das nicht. ich kann ich das kriege ich halt mit der Steuerung nicht so hin ja super ich hab nicht checkt dass ich ihn hab ich wollte checken oh komm spielt euch jetzt frei mal leute oh nein 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 los 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 Prinzessin oh mein Gott Meiskunstlauf ist nix für mich so ich hab den Ball der hat meinen spieler unten angepackt tja er langs grad nicht so wirklich für uns für mich für ihn für uns bei mir auch noch nicht hab auch noch kein Tor Deutschland das hat es noch nicht so hat es noch nicht klärend wie man am Eis spazieren geht Ja, komm mal. Ja, da ist niemand. Nein, 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 nein. Leg dich hin. Ja, wie ein Affen. Du steckte. Ich hab mein... Ja, 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 Kampfhandlehmann. Kampfhandlehmann. Geht das? Geht das nicht? Nee, das muss da stehen. Vielleicht steht es jetzt da, weil wir haben uns schon gegenseitig so richtig provoziert. Schau, wie schön ein Affen. Ja, warum fahr ich auch gerade aus, Trottel? Kampfhandlehmann. Please, 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 please. Nee, ist es nicht. Nee. War die Anzeige auf dem Eis, hab dich gerade vollgestört. Also die Spiegelüge-Anzeige. Los. Jetzt, 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 jetzt. Ach, Gott. Ach, komm, schieß doch richtig. Was, was, was? Ach, komm schon. Oh, so. Leute. Warum denn schon wieder abseits? Ja, liebe Sportsfreude. Es zieht wohl nicht so wirklich. Okay, ich geb's zu. Ich kann's spielen nicht. Und ich bin auch verkackt schlechter Verlierer. Und Sportspielen ist nicht gerade mein Ding. Aber deswegen ist es ja mal lustig. Au. Aber bisher hat ja noch keiner verloren. Komm, Drehung. Also. Ja, aber ich hab noch nicht mal. Oh mein Gott. Siehst du, ich hab keine Chance gegen Bad Boy. Ah, ah. Bad Boy, der ist böse. Bad Boy, der ist böse. Bad Boy, Bad Boy, Bad Boy. Schöne ausgetrickst. Ah, ja. Wenn wir ihn dann einfach wegnehmen. Du Schwein. Los jetzt. Oh. Nein. 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 Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. So. Jetzt krieg ich natürlich erstmal ne Strafe. Was hast du getan? Ich hab's nicht gesehen. Ich hab dein Tor. Ne, ich krieg doch keine. Ich dachte, weil ich hab dein Tor wieder umgefahren. Ach so. Ich dachte, das führt zu ner kleinen Provokation, zu ner Schlägerei. Ah, ich krieg den nie. Ah, jetzt aber. Am. Wartet's, wartet's, wartet's. Wartet's, wartet's. Ja, komm, hol ihn dir, Puppi. Na, hol ihn dir. Ah, Stück, du. Du kleines, dummes Stück. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja, ja. Komm schon, Box, Box, Trampfer, nehmann. Warum geht's nicht? Was? Geht nicht? Natürlich, jetzt geht's gleich los. Ne, geht nicht. Was denn? Ist auch nicht. Hast du jetzt L1 und Dreieck gedrückt? Ich hab Dreieck gedrückt. Ich auch. Hm. Was ist los? Ne Ahnung. Ah Gott. Hat das doch jetzt einfach. Ja, natürlich, ich pass zum Badzwoot. Warum nicht, du Idiot? Der eigene Spielerblock blockiert mich. Blockiert mich. Ah, es darf nicht wahr sein? Ja, natürlich, ich Idiot. Ich hasse mich selbst dafür. Nein, 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 nein. Gott. Oh mein Gott, wie er drauf, Heimat. Ja, selbst schuld. Gut, das war nix. Oh, das war von beiden nix. Die Österreicher verlassen. Ganz traurig. Das Stadion. Und weinen. Ja, wie man meinen Arsch sieht. Läuft doch, oder? Voll Porno. Das ist Bernd. Das ist Bernd. Jetzt muss ich kurz meinen Kollegen fragen, warum haben denn die Österreicher denn die Halle schon verlassen? Ist ihnen entfallen, dass es drei Drittel sind? Ne, ich meine, wir gehen kurz in die Kabinen und ran zu kurz, weißt du? Und dann kommt dann so ein Österreicher und sagt, ihr könnt es schaffen. Und dann, da geht's wieder. Ja! Und da geht's wieder. Dann stimmt die Motivation wieder. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich bin ein sehr eigensinniger Spieler. Ich passe kaum, weißt du, weil ich schlechte Erfahrungen damit gemacht habe. Ja, 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 ja. Aber der Michael weiß. Ja, natürlich, der Michael hat wieder... Der Michael ist gar nicht mehr da. Aber ich sag trotzdem, hey, oh, oh. So unauffällig. Nein! Hey, du! Wo fährst du hin? Du Idiot, Alter. Au. Oh, nein! Lächerlich, lächerlich, lächerlich! Oh, das war nicht mehr ein Check. Oh, komm her. Komm her! Komm her! Ja! No! No! Oh, nein, 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 nein. Ich hab doch Bulli. Ich hab doch Powerplay, nicht Bulli. Klar, ich eigentlich... Oh, nein, nein, nein! Komm schon! Nein! Nein! Wow! Oh, wow, 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 wow. Oh, aber der knapp. Oh, aber der knapp. Oh, Leute, mach das! Ja, warum mach ich das? Weil ich hier Badwatch schlagen will. Ja, ich hab noch. Komm, pass. Weg. Hilfe! Badwood. Los, gib Gummi. Ja, Niu, 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 Niu. Oh mein Gott. Was machst du? Ich geh ein Spiel weg in einem Stück. Bam! Oh, 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 wie er mir gibt. Wie er mir gibt. Ja, nimm ihn. Vielleicht. Irgendwann nochmal. Ach so. Überlegst dir. So, nochmal. Bam! Ja, komm, ich liege schon am Boden. Aber er hat den Punkt nicht. Du bist ein Vogel! So. Los! Nein, ich hab immer noch nicht. Nein! Na komm, na komm, gib Gummi. Gib doch Stoff! Ah, Ising. Ich übersteuere Uhr. Oh, ein Lab bei mir. Oh ja, ich seh's aber gerade auch. Bei mir ist es genauso. Na, passt doch. Dann kann's gar nicht zu lase sein, das Ding. Genau. Immer positive, Dayton. Und? Ja. Das Ball hält. Oh mein Gott. Mein Gott, mein Gott. Nimm ihn. Jetzt, jetzt, jetzt. Oh, da oben hab ich ihm eine mitgegeben. Oh, komm. Oh, nein. Komm, komm, komm. Oh, komm. Oh, nein, Leute. Geh rein. Boah, Mann. Er hat voll in die Knie, ah, voll in die Knie, voll in die Eier gekniet. Lachhaft, lächerlich, easy, Schnitzel, hätt ich gesagt, ne, überhaupt nicht. Ja, also... Der guckt, er da, heraufhitzt er. Boah, warum greifst du jetzt auf einmal so an? Das war Wahnsinn. Ja. Na, ich komm mit dem Schwitzen. Ah, ich komm mit dem Schwitzen. Baby, ich kann mit dem Schwitzen. Boah, jetzt schwitze ich auch keine Bullies mehr. Oh. Gib alles los. Oh, der hat mich voll. Er hat mich umgeschobst. Er ist ein böser Junge. Oh, der ist ein böser Junge. Jetzt aber. Leute, einer muss hin. Wir können es nicht gruppenkuschelnder machen. Einer muss hin. Jetzt aber. Immer noch nicht. Das gibt Gubi. Oh mein Gott. Wer hat ihn denn? Der Baseball hat er mit? Ja, ich hab ihn. Ja, ich bin... Ha, jetzt aber, komm. Na, 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 na. Ach. Ich hatte ihn doch schon fast. No, jetzt weg von meinem Tor. Es ist ja lächerlich. Aber ich geb ihn dir auch noch. Stocki. Oh, holen für die Beine. Wow. Aber wie auch noch. Wie auch noch. Geht auch, geht auch, geht auch. Jetzt wieder rüber. Und jetzt kommt ein schönes Kombinationsspiel. Und ja. Wirklich. Wirklich. Ja. Ich hab nur Schland verstanden. Ich hab nur Schland gesagt? Schland. Schland. Okay. Okay, Leute. Ja, Schland. Ich sag nächstes Mal. Rech. Das passt schon. Einfach rech. Ja, ich hab nur Schland gemacht. Hast du gesehen, wie jeder mit dem Mund bewegt? Bop, 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 bop. Was denn? Abseits. Ja, Schande. Was macht ein Goalie da? Der hat sich gegen die Eier aus gesehen. Nee, der hat sich gerne die Polster gehauen. Nicht gegen die Eier. Das ist voll Psycho. Ich weiß ja. Wow. Wow. Oh, leck mich doch. Das kann's doch nicht sein, Leute. Das kann es doch nicht. Ja, komm, komm. Buchsen. Huh? Buchsen bis Buchsen. Los. Jetzt tue es da rein. Tue es doch da rein. Tue es doch da rein. Wah. Jetzt gibt's Watschen. Jetzt gibt's Watschen. Wir wollen uns eh schon prügeln. Ja, der Holzer und der andere. Ja, die müssen sich nochmal treffen. Die zwei sich wieder treffen, ja, da gibt's bestimmt immer was. Fuck, aber du kommst immer mehr ran. Ich sag ja, zwei Spiele und schon ist er besser. Ja, nicht zum Tormann passen. Ich hab nix gemacht. Was ist, was ist? Huh? Buchsen? Greis. Ja, ja, Kampf an dem Mann. Kampf an dem Mann. Kampf an dem Mann. Kampf an dem Mann. Was? Ja, ja, ja. Jetzt komm her, du. Das wollte ich schon die ganze Zeit. Das wollte ich schon die ganze Zeit. Ja. Ah. Was hieß denn? Ah. Los. Ah. Alter. Alter, der hat mir voll. Alter, du hast noch... Ich weiß nicht, was ich mach. Ich weiß nicht, was ich getan hab. Hast du gewonnen? Ich denk ich hab gewonnen. Ich hab dir den Arm gebrochen, du Stück Scheiiß. Was war das? Ich hab nicht... Was hab ich getan? Ich weiß auch nicht. Du wolltest noch was machen, aber irgendwie... Aber meiner sieht auch nicht wirklich demoliert aus. Deiner aber auch nicht. Daniel. Der Daniel kann es. Eigentlich der Johannes, aber heute der Daniel. Ah, Kampf an dem Mann. 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 Ja. Jetzt gehen sie ab hier. Jetzt hassen sie sich. Jetzt ist die alte Verabilität wieder ausgebrochen. Was? Herst. 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 Daniel. Ah. Was? Der Daniel ist gerade mal da und hör auf mir so weh zu tun. Ah, der geht voll ab. Es gibt nicht nur einen Daniel auf der Welt. Ah. Ah. Ich brich mir die Hand durchstück. Okay, du hast die Steuerung wirklich angeschaut. Raffel. Oder Raffi? Raffel? Ah, jetzt auf einmal gehen sie ab hier. Dennis. Ah. Dennis. Servus. Michael. Michael was? Michael Raffel. Michael. Michael. Aber wenn's jetzt nochmal kommt, müssen wir nochmal... Nein, es ist nichts mehr. Schade. Das wär's jetzt gewesen, ey. Jetzt noch ein Tor und dann bin ich glücklich. Zweimal im Petsi in die Fresse. Kahn. Verstehst? Der noch ein sexy Tor hinter ich. Ja, weil du die Steuerung kennst, vom in die Fresse hauen. Ja, auch nur ungefähr. Ich hab das Meister schon wieder vergessen. Ich hab eigentlich nur herumgedrückt. Was war jetzt? Abseits. Äh, Eising. Oh, das ist deiner. Glaub ich, der mag dich nicht mehr. Ja, der... Ich glaub, der ist ein bisschen sauer, auch wenn wir 1 zu 0 führen, aber... Sag, das geht nicht so. Das ist nicht WWE, das ist eh nicht Jail, du Arsch. Wow. Ah, ein bisschen Rangel darf man doch ab und zu. Ja, ein bisschen Gruppenkuscheln. Ja, pass auf, Bad Boy. Warte, wenn's wieder annehmen geht. Die kommt voll los. Ja, ja. Oh Gott. Das war... Die geben sich da deshalb hin, das. Und... No. Boah, jetzt hat nicht mehr was gegeben. Ja, wieso tust du's nicht? Wieso tust du's nicht? Wieso tust du's denn nicht? Ah, ah, nein, nein. Oh, oh, ja. Annehmen, 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 annehmen. Ich drück schon. Sie sind's nicht unterhalten. Was ist denn? Was macht er denn? Er sucht seinen Feind. Ja, hör, hör. Nein, sie haben sich zu spät getroffen. Aber wir hätten uns noch... Okay. Du musst dich auch noch treffen dann. So ist es. Deiner war unten, meiner war oben. Ja, hab ich nicht gewusst, dass ich ihn steuern kann. Ich drück der ganze... Ich hämmer die ganze Zeit auf Dreieck drauf. Ah! Was? Ja, Spiel auf das Tor. Was? Was? No! Ja! Jetzt mal wieder vor hier. Wenn ich nicht schlägern kann, ich kann Tore schießen. Oder auch nicht. Was? Wo? Warte. Oh Gott. Sieh nochmal. Ah! Verdammt. Nein! Ah! So, ich hab ihn einfach mal weggeschossen von unserem Tor. War mir bewusst, dass ich ihn habe oder nicht. Ah ja, kacke. An das denke ich gar nicht. Weißt du? Das ist blöd. An so ist denke ich gar nicht. Ich denke nur an Kloppe. Gib mir Kloppe. Gib mir... Gib ihm Badwood Kloppe. Kloppe Kloppe. Kloppe Kloppe. Was macht er da? So, er ist aber jetzt... Aber jetzt... Ach Scheiße, jetzt verlieren wir noch das Bulli. So, da oben habe ich meine verpasst. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Da verpassen wir nochmal eine. Boah, aber wie? Boah, aber wie? Kracher für die Schlägerei. Der Betzboy gibt mir... Was war... Ende der Runde, ne? Ende dieser... Dieses Drittels, genau. Ja. Ist eine Runde. Ja, pass auf diese Runde. So lange man nicht Halbzeit sagen, ja. Na, ist eh schon Halbzeit. Nein, doch nicht. Doch nie. Es gibt keine Halbzeit im Eisenkind. Doch. Ja, das ist... Wenn ich sag... Doch! Okay. Dann denken ein paar... Denken jetzt nach, meinst du, oder? Ob das stimmt, was jetzt der Zockopf sagt. Niem. So, jetzt aber nochmal. Jetzt gibt es nicht richtig Action hier. Fünf Tore von mir. Und dreimal Gausschenboxen vom Zocki. Und dann läuft es schon. Ja, der Moderator hat gerade gesagt, ich bin die bessere Mannschaft. Weil ich bin Schland. Du bist Schland, ja. Ich bin das Reich. Also aufpassen. Wer ist das Reich? Wir sind... Oh mein Gott! Tu ihn da rein! Tu ihn da rein! Tu ihn da rein! Oh, komm schon! Was ist denn das denn für ein Geräusch? Hey, 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 hey! Ah, ich komm! Tu ihn da rein! Tu ihn da rein! Ah, jetzt kommt er rein! Oh, ich schaff' keinen Gegenangriff mehr. Aber das ist jetzt abseits gut. Ah, leg mich doch! Oh, warum ruht sich? Ich hab' so gute Chancen gehabt. Ah, der ist einfach eine fette Kugel und darum... Ah, jetzt hab ich dich da aufpassen. Ja, jetzt hab ich dich da aufpassen. Ah, jetzt hab ich dich da aufpassen. Ah, jetzt hab ich dich da aufpassen. Tücher! Der ist ganz schlank. Wir nennen ihn... Schlanker Mann. Ja? In den Kabinen. Ja? Ja? Wir sagen immer so... Hey, du schlanker Mann! Und er immer so... Ey, 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 ich... Ich steh' nicht auf dich. Und er so... Ich steh' auch nicht auf dich und... Ja, dann gehen sie trotzdem zusammen duschen. Dann hab' ich... Dann hab' ich seine Schwester kennengelernt und jetzt sind wir Freunde. Nein, ich mach schon wieder denselben Scheißdreck! Ja, aber es ist kein Ei... Doch! Oh, ja! Deshalb, deshalb sage ich uns... Ich hab's jetzt gecheckt! Aber trotzdem mach' ich denselben Blödsinn. Niemann. Lacher! Ah, der hält aber auch zum Beispiel. Eher zum Glück, sonst wär' ich ja der Ur... Ah, der Kampfer, niemand! Ja! 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 Komm' mal! Schau mal, schau mal, schau mal, schau mal, ich zuck! Ich weiß es gar nicht! Schau mal, ich zuck! Oh, jetzt gibt er mir! Ich weiß gar nicht, was ich drücken muss! Ich drück' jetzt einfach nur! Jetzt gibt er mir! Jetzt gibt er mir! Oh, ja, zack! Ich weiß... Ne, du gibst mir! Ja! Ja! Komm schon! Letzten Schlag noch, komm! Ja! Ich weiß gar nicht, was ich drücken muss! Der Michael schon wieder! Der Michael schon wieder! Der Michael hat's schon wieder geschafft! Der Michael! Raffel war's! Läuft doch! Oh, mein, der kann gar nicht mehr aufstehen! Was ist denn los? Also, der Michael hat's echt drauf, ey! Nicht Boxer werden sollen! Ich lass noch die Spiele! Oh, jetzt hat einer auch ein Pfeilchen! Ja, jetzt... So, jetzt bitte mal in Ruhe, Leute! Das ist ein Pfeilchen! Ja! Nein! Doch! Lass uns kämpfen, Badwood! Lass uns kämpfen! Los, Badsy, Bad, los! Was tue ich denn für ein Blödsinn?! Ja, wenn du nur ans Kämpfen denkst, merkst du es? Nur Gewalt zählt bei dir! überhaupt nicht das sportliche, so. Oh mein Gott, wie er mir immer gibt, wie er mir immer gibt. Nein! Ja. Ja. Das kann nicht sein, dass du 1-0 gewinnst, ey. Schau, wir haben mit den Schlägern noch in die Fresse. Wir sind beide Köpfe hängen lassen, zu geil. Ich strecke dir meinen Arsch ins Gesicht. Hey! Ich habe ihn einfach liegen lassen, den stillen T-T-T-Puck. No, no, no. Ja! Ja, wirkt deinen eigenen Spieler, eyla. Da ist, da ist, was ist es gesagt? Schland. Ja, ja, schlaaann. Schlaaann. Ich dachte jetzt nicht, dass der reingeht. Ich dachte, der hätte es gehabt. Ich bin ausgerutscht, deshalb. Ja, ich so. Ich bin ausgerutscht. Perfektes Ding. Ah, du hast dafür schon 3 Schläger reingebohnt. Oh. Oh, komm schon! Oh mein Gott, wie du gegen dein Tor fährst. Hast du das gesehen? Nein, na ja. Oh, Gott! Das war... BAM! Da hat mich die Bremse nicht mehr erwischt. Oh, Gott. Der Benz, der, 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 der rennt da durch wie nix, ey. Ich weiß auch, warum deine Spieler immer so fliegen. Ja, ich kann das gar nicht so mit dem Bodycheck. Gebt mal ein bisschen am Sack. Da braucht man Muckis. Die hab ich. Hätt schon zack ich. Bizeps. Hab ich. Nicht nur optisch. Ich hab große Bizeps. Nicht nur optisch, mein Freund, ey. Ah, nicht, mach schon wieder denselben Scheiß. Ich bin so dumm. Ja, aber der Torwart hat ihn. Aber... Ah, nein, 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 nein. Wow, 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 wow. Komm schon, Torwart. Geh mal aus dem Tor raus. Echt jetzt. Ist ja lächerlich. Ist ja nicht langweilig, der Trainer. Ja, wenn du willst, kann ich ihn mal für ein Tor rausnehmen. Nein. Oh, mein Gott, Fadran-Wuppe. Haha. Nein. Scheiße. Weißt du, gell? Wenn du einen Torwart rausnimmst, hast du einen Spieler mehr. Echt so? Ja, sicher. Würde ich an deiner Stelle machen. Vielleicht klappt es ja mit einem Spieler mehr. Ja, natürlich, natürlich, Badwood, natürlich. Oh, komm schon. Jetzt nimm ihn doch. Wie lahm meine Leute sind. Echt jetzt ernsthaft. Ja, meine auch. Das sind die... Oh. Oh. Was jetzt? Was jetzt? Was war das? Jetzt mach nicht so komisch mit den Händen. Ich erkenne das nicht. No, dann erkennst du das, was der Schiri meint. Wenn er so herumreißt mit der Hand. Das war, glaube ich, Behinderung. Achso, ich hab dir... Nee, äh, beistellen. Patrick. Patrick. Ich hab dir schon gesagt. In der Schule warst du auch so ein Arsch. Ich weiß das. Lass es gut sein, Patsyboy. Patsyboy Patrick, wollte ich sagen. Patsy. Oh, das ist... Ja, oder, Alter? Die ist nicht zähig. Nee, nee, den Bulli ist schon wieder nicht mit. Äh, den Puck. Nicht den Bulli. Oh. Bam. Gewickt doch. Ah, da... Was war jetzt? Ah. Was soll das heißen? Ja, ist... Ja, schützt in den Kopf. Achso. Wenn du immer mit dem Stecken reinkommst, ja. Wahnsinn. Ja? Ja, ich kann... Ich kann's nicht. Sack. Es macht zwar Spaß, aber ich kann's nicht. Das ist das Problem. Die Übung macht den Meister. Oh, da legt sich der Tor jetzt sogar hin, ne? Ganzer Körper ist das. Ja, wenn... Wenn die Leute auch da gewesen wären, aber nein, die sind ja... Ah, weiß nicht, beschäftigt mit, 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 mit Popo-Sex. Ja, was weiß ich, ey. Ohne Witz jetzt, ey. Ich fahr da alleine vor. Verstehst du, ich brücke da herum wie der Eistanz-Prinzessin-Königin. Und ja, na, komm, nein! Wieder dieselben Scheiß. Ja, passt schon. Kannst du knicken, ist schon vorbei. Doch nicht. Ne. Ah, nein! Das ist... Das ist wirklich mit dem Nippelspielen, das ist schwierig, ey. Das ist echt nicht gut, wenn du leicht rankommst. Ja, deswegen sage ich, du solltest du mit den Tastenspielen. Er schießt den schon weg, wenn du leicht rankommst. Ja, lass ihn reinrollen, komm schon, du ihn rein! Ja, komm, putz deinen Stab mal woanders, ey. Ja, solange du den Stab putzt, aber nein, es geht so nicht. Der Einzige, der wirklich gut ist mit meinem Team, ist eh der Torwartmann. Obwohl er auch schon zwei reinlassen hat, normalerweise noch. Ja, und der Raph, und der Raph. Der Raph wäre vielleicht auf dem Spielfeld mal ganz gut. Wenn er nicht immer auf Strafen draußen sitzen würde. Das könnte auch sein. Vielleicht. Der Michael, ja, der Michael. Ja, der ist eher so... Mann. Mann Hengst. Mann Hengst. Zack, oder? Legst du hin, hab ich gesagt. Das heißt, die Healing, hab ich gesagt. Nein, mach ich nicht. Und? Legst du hin! Ah, nein! Das heißt, nein. Nein, heißt nein. Wer hätte das gedacht? Hey, Senorita, wo ist der Puck? Der hat einen Torhüter gehabt. Deine Diva. Was macht der? Schau, wie blöd dir das ausschaut. Ohne Witz. Leute, du bist... Internet, YouTube, okay? Du musst sexy Posen machen. Oh, komm schon. So, jetzt aber mehr Angriff, Leute. Mehr Angriff. Bauspielen, genau. Ja. Und ein. Nein! Und den weghauen. Den weghauen. Jetzt du doch mal! Das kann doch nicht sein! Leute! Ich geh und schneid euch allen die Finger ab. Mir ist voll egal. Ach, komm. Ja, fahr dran vorbei, du. Stück, ach, passt schon. Schau, wie sch... Das ist gar nicht. Ich reg mich nur auf, beim Sportspielen. Das ist so schlimm, hey. Das ist so schlimm. Dabei ist das Ergebnis viel besser, wie davor. Ja, schieß ein Tor. Komm schon. Jetzt tu ich doch rein, du Stück Schall. Ah, 35 Sekunden. Eins will ich noch. Oh, 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 oh. Was, 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 was? Ich bin auch auf Steroide. Ja, jetzt am Schluss gehen sie jetzt nochmal voll ab, weil es ist. Schau, ich gleich. Ich rutschte am Boden am Bauch herum. Mache noch Pinguin. Ich hau dir die Schnute platt. Das ist nervig, hey, wenn da mal einer... Huuuuh. Huuuuh. Was war das? Huuuuh. Ja, natürlich, die Deutschen waren es wieder. Ja, weil ich das gleiche gemacht habe wie du, weil ich habe... Huuuuh. Oh Gott, Alexander war es. Alexander, du Drecksack. Ey, Wahnsinn. Alex. Oh, 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 oh. Schau, schau wie blöd, schau wie blöd. Er tut ihn nicht ins Tor. Warum tut er ihn nicht ins Tor? Das war die Chance jetzt. Ja, aber wieso macht er das nicht? Ich habe doch, ich habe doch geschossen. Ja, huuuhu. Da hätte es vielleicht einen Torhüter noch rausnehmen müssen. Genau. Das wird's gewesen sein. Ich bin so dumm. Nächstes Mal mache ich das. Als nächstes Mal spielen wir wieder mit stärkeren Mannschaften. 2-0, ey. Lächerlich, ey. Ja, ich würde sagen, mit den Bilder würde ich sagen, beenden wir auch unserem ersten Part NHL, oder? Ja, fuck over. Na, passt schon. Ist eh gut, passt schon, ja. Genau. Und im nächsten Part sehen wir uns dann wieder. Vielleicht polzt mich dann der Zocke weg ohne Ende. Ja, nein. Gut, ne, macht es gut, Leute. Genau. Jetzt ist er ein bisschen frustriert, aber... Jetzt bin ich traurig. Ne, passt schon. Okay, Leute, macht's gut. Ciao. Katastrophe. Tschüss.